Herzlich willkommen zum Trailer für das E-Learning GdP Basiswissen für Einsteiger. Dieses E-Learning richtet sich dabei an alle Menschen, die im GdP Umfeld arbeiten. Die GdP ist allerdings dabei nicht nur ob oder ob nicht, sondern es ist auf europäischer Ebene durch zwei Leitlinien geregelt, sowohl die GdP für Arzneimittel als auch für Wirkstoffe. Im Prozess direkt Beteiligten ist dabei eine Schulung verpflichtend und dieses E-Learning soll Ihnen einen Überblick über alle Facetten des GdP-Prozesses zeigen und Sie dabei in die Lage versetzen, die Forderungen der Leitlinie einzuhalten. Schulungen müssen regelmäßig durchgeführt werden und die Wirksamkeit der Schulung muss überprüft werden. Dieses E-Learning gibt Ihnen dazu ideale Gelegenheit, dies zu tun, denn die gesetzlichen Vorgaben sind eindeutig. Ich gebe Ihnen nun einen kurzen Überblick über die Module. Insgesamt enthält das E-Learning neun Module. Im Modul 1 Grundlagen der GdP wird es darum gehen, zunächst den Begriff GdP zu erfahren, Ziele und Nutzen von GdP und das regulatorische Umfeld in Europa kennenzulernen. Im Modul 2 wird es darum gehen, GdP zu unterscheiden in den Wirkstoffteil und in den Arzneimittelteil, denn dafür gibt es zwei separate Leitlinien. Die Komplexität und Risiken der Lieferkette und auch das Thema Fälschung und Manipulation werden in diesem Modul behandelt. Im Modul 3 geht es darum, wie die Regularien auch in der Praxis umgesetzt werden. Es wird darum gehen, wie QM-Systeme, also Qualitätsmanagement-Systeme, aufgebaut sein sollen, um den Forderungen der Leitlinien zu genügen. Das Thema GdP-Compliance wird uns dahin führen, dass das Einhalten der Regularien notwendige Pflicht ist. Wenn dies nicht geschieht, kann es Konsequenzen geben. Diese werden hier auch dargestellt. Im Modul 4 wird das Thema Arzneimittelbeschaffung, Lagerung, Lieferung, Export und Import behandelt. Hierbei wird es darum gehen, welche Frachtwege werden genutzt, zum Beispiel Straße, Schiff und Flugzeug. Die Anforderungen an GdP-konforme Transport- und Lagerungsprozesse werden dabei ebenfalls beleuchtet, sowie Verträge und schriftliche Vereinbarung mit Dritten. Im Modul 5 wird es um das Thema Risikomanagement, Change Control und Abweichungsuntersuchung gehen. Zum einen werden die Begriffe erläutert, zum anderen werde ich darstellen, wie es von einer Abweichung überhaupt zu einer Änderung kommt und wie man bei der Ursachenfindung von Abweichungen vorgeht. Im Modul 6 wird es um das Thema Qualifizierung und Validierung gehen. Dabei wird neben der Begriffsdefinition und den Phasen, in denen eine Qualifizierung abläuft, unter anderem zum Zusammenhang zwischen Kalibrierung, Qualifizierung und Validierung eingegangen. Im Weiteren wird die Qualifizierung von Ausrüstungsgegenständen, Lagerungsräumlichkeiten und Dienstleistern und Lieferanten beleuchtet. Abgerundet wird dieses Modul mit den typischen Fehlern und Mängeln in diesem Umfeld. Im Modul 7 geht es um die Schlüsselpersonen im GdP-Umfeld. Dies wird beginnen bei der sachkundigen Person, die für die Freigabe von Arzneimitteln verantwortlich ist, bis zum Großhandelsbeauftragten und der verantwortlichen Person. Hierbei werden wir auch die Grenzen zwischen GMP und GdP beleuchten, aber auch uns anschauen, welche Anforderungen an andere Personen und an die Dokumentation im GdP-Umfeld gestellt werden. Im Modul 8 wird es um besondere Situationen gehen. Hinter besonderen Situationen verbergen sich Beschwerden, Rückgaben, gefälschte Arzneimittel oder auch Arzneimittelrückrufe. Im letzten Modul wird es um GdP-Audits und Inspektionen gehen. Hierbei werden wir neben den Begrifflichkeiten auch die regulatorischen Grundlagen beleuchten, sowie typische Auditschwerpunkte und Fehler und Mängel beleuchten. Ich hoffe sehr, Ihr Interesse geweckt zu haben und Sie bei den Modulen wiederzutreffen. Vielen Dank! Vielen Dank!